Jo Leute, willkommen zu diesem ganz kurzen neuen Video. Heute geht es um den Geheimen Stern aus der siebten Woche der Season 10 und diese Woche heißt hier Sommerschlupf und hierbei müssen wir dann die ersten drei Aufgaben abschließen, damit wir den Ladebildschirm bekommen und dann kriegen wir hier einen Geheimen Stern und ich zeige mal den Ladebildschirm hier in groß und auf jeden Fall ist dann hier wieder versteckt, wo der Geheimen Stern sein wird und diesmal ist das Ganze nämlich in Greasy Grove. Wir haben hier nämlich abgebildet so ein Taco und das soll so gesehen halt ja ein kleiner Hinweis darauf sein und deswegen würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt ganz kurz in eine Runde und dann zeige ich euch, wo der Geheimen Stern liegen wird. So, jetzt sind wir hier in der Runde und wie bereits gerade schon gesagt, geht es jetzt ab nach Greasy Grove. Da hinten ist er jetzt das neue Greasy Grove. An der Stelle möchte ich gerne ganz kurz sagen, dass es mich mega freuen würde, wenn ihr ganz kurz mein Quader Code Detour eingeben würdet. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wir haben eine tolle Unterstützung und jetzt würde ich sagen, geht es hier auf jeden Fall zu diesem Taco Laden, denn genau dort gibt es ihn ja im Stern. So, genau hier sehen wir den großen Taco Laden. Tacos steht hier oben drauf und hier gibt es da hinten so eine Eingangstür, genau diese hier, da rennen wir ganz kurz rein und dann zeige ich euch, wo der Stern sein wird. Einmal hier reinrennen, einmal links hier rum und genau hier in der Ecke sehen wir schon, ist der geheime Stern. Hier einfach suchen drücken, da habt ihr den, auf der Karte wäre der in Greasy Grove, genau hier beim großen Taco Laden. Geht einfach ganz kurz hier rein, rennt hier durch und durch den Stern. So, das war es auch wieder mal mit dem geheimen Stern. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann und ciao.